Wusstet ihr das schon über den ersten Avengers-Film? Und zwar ließen sich nach den Dreharbeiten zum ersten Teil die sechs Original-Avengers alle ein Tattoo stechen. Wirklich alle sechs? Nein! Einer oder eine hat es nicht gemacht und zwar aus einer Angst vor Nadeln. Aber welcher Avenger hat nicht mitgemacht? Weißt du's?